Der Blick richtet sich nach München. Die Aufmerksamkeit ist riesig und es steht viel auf dem Spiel. Um kein bisschen weniger als um den Titel geht es, wenn der Titelverteidiger vom FC Bayern mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel auf dessen früheren Klub trifft Borussia Dortmund. Das ohnehin schon immer brisante Duell ist diesmal besonders aufgeladen. Alleine wenn wir dann im Stadion sind, dann wird es auf jeden Fall emotional. Ich denke, die Wichtigkeit und die Besonderheit der Tabellensituation und die Besonderheit der Rivalität der beiden Mannschaften, das wird ein heißes Match. Ich erinnere mich auch, letztes Jahr in einer anderen Rolle nach München gereist zu sein. Nach dem Spiel gab es eine Meisterfeier auf dem Platz. Die haben wir uns auch letztes Jahr angeguckt. Das wird dieses Jahr nicht passieren, sondern wir wissen, dass es eine riesige Chance für uns gibt. Bei Borussia Dortmund herrscht ein Stimmungshoch. Die Schwarz-Gelben sind das Team des Jahres. Seit zehn Ligaspielen unbesiegt und haben neun davon gewonnen. Und die Dortmunder haben die Tabellenführung. Dass 190 Länder morgen zugucken, ich glaube, das ist Motivation genug, neben der Tabellenkonstellation. Der 40-jährige Edin Terzic ist einer der Nachfolger als BVB-Trainer des 49 Jahre alten Thomas Tuchel. Beide gehören zu einer neuen Generation. Nicht nur, dass er einer der besten Trainer der letzten Jahre im europäischen Fußball ist, sondern auch einer der erfolgreichsten Trainer. Und deshalb freuen wir uns einfach auch darauf, ihn dann morgen auf der anderen Seite zu sehen. Aber ich werde mir morgen nicht seine Mannschaft angucken, sondern ich werde meiner Mannschaft dabei helfen, das Spiel morgen zu gewinnen. Ich bin wahrscheinlich zu sehr Fan und zu emotional. Und ich liebe das Spiel zu sehr, dass es mich irgendwie völlig kalt lässt. Und am Spielfeld kann es passieren, dass mich das Spiel einfach reinzieht und in sein Band zieht. Dass gleich sein erstes Spiel als Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf seinen Ex-Klub treffen lässt, birgt zusätzlich für Interesse an dem Termin am Samstag ab 18.30 Uhr. Wir brauchen eine gute Mischung und von allem ein bisschen was. Wir brauchen auf jeden Fall, wollen wir der Mannschaft das Gefühl vermitteln, dass alles gut ist. Dass sie extrem viel Potenzial hat und dass sie es oft genug gezeigt hat. Und dass es keiner großen Maßnahmen bedarf, um das jetzt auch zu wecken. Der 26. Spieltag kann vorentscheidenden Charakter haben. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand des FC Bayern. Ein Sieg und die Münchner sind wie gewohnt wieder ganz oben. Eine Niederlage und die 11. Meisterschaft in Folge ist möglicherweise schon verspielt.